aber wenn wir alle gemacht werden soll wird der das immer der reise die kassel ist die gleich ich werde ja auch die mann aufschwärts was soll ich auf jetzt alle 321 k ich halte das ist hoffentlich der letzte part der wahl von zogen vorgesehen erhältlich Romo war er hat sich der Scherz war erfreulich als wer ist die Kirche überhaupt nicht weiter in der Handlöser was ich hier das wollen die die vielen glück er steht auf maskuline Frauen erhältlich sie wird auch voll süß er habe ich mir kurz das mal zurück nach vor Szena ja mal ich guckst richtig cool das Kiel ist sogar vorstehen aus dem allerletzte immer nicht bewegt was er auch gekocht wird politisch wirklich lieblich wer für das Spiel so umgestanden wir sind ja auch in der Welt die er hat der Fall können uns gar nicht bringt uns noch auf war zockt der Handy ich weiß nicht was da gerade passiert ist hochgelaufen ist in dieser Kasse wir müssen runter sie wird gefangen Nein. Ich hab keinen Bock zu bekämpfen, echt. Warte, 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 warte. Ist das eine XP und so? Ja. Eigentlich schon. Den, die sind Level 9, die sind schon grau, die geben keine EP. Die sind schon grau. Ach, ne. Die sind gelb. Ich versteh nicht, was ihr sagt. Das war WoW, äh, Refrainancy. Gott, wie spricht man das aus? Refrainancy, ist klar. Okay, man. Was müssen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zurück nach Rolante. Zurück nach Rolante. Ne, vor Szena, genau. Rolante waren wir gerade. Was machen wir denn vor Szena? Du hast das selber gesagt. Ja, du müsstest es eigentlich wissen. Ich hab mir hier nen Text geachtet. Ja, aber ich hab da nicht. Also, ich bin nicht verguckt, in dem Moment. Man, ey. Na gut, das ist mein Special jetzt, ist nichts auf. 103. Ich hab 103 in den Arsch getreten. Da war ne Kiste. Da war ne Kiste. Ne, da war ne Kiste. In der scheiß Höhle war ne Kiste. Und ich hab euch beiden bewiesen, ey. Ja, gibst du, da war ne Kiste. Ja, sie gibst du, das find ich gut. Das ist ein fairer Zug von dir. Okay. Wo ist vor Szena eigentlich? Aber gib doch zu mal, du hast es einfach nur random gesagt, dann hast du ein Glück. Nein, Mann, ich hab's nicht random gesagt, ich hab die echt gesehen. Okay. Müssen wir nach Maja? Vor Szena immer noch. Vor Szena ist nicht Maja. Ja, Vor Szena ist doch in Maja, oder was? Vor Szena. Wir müssen nach Vor Szena. Ist Vor Szena nicht diese scheiß Festung? Vor Szena. Ich hab keine Ahnung, wie man nach Vor Szena kommt, aber gut. Das ist die Startstadt vom Krieg. Ja, das ist das, weil sie auch vom Stock. Oder wie soll die Fleisch mit? Da waren wir doch schon mal. Ja, richtig. Da waren wir wirklich schon. Weil ich will da auch mal, ich hab mal weiß ein Glück. Ja, du musst doch trotzdem, was musst du machen. Noch nicht hingeguckt, man guckst nicht, aber drückst einfach und dann kommt raus. Woah, Alter. Ja, okay, okay. Über jeden Zweifel haben. Ich weiß, warum wir dahin müssen, weil wir vom König die neuen Anweisungen kriegen müssen. Von König Richard. Ja, Richard. Ich glaub, der er heißt Richard. Ja, Richard. Ja, Richard. Der gesagt, wenn wir den haben, dann sollen wir neue Informationen von ihm einholen. Ja, okay. Hatte das gesagt. Eine Kiste. Fuck. Fuck. Ich bin nicht mehr mit Üben. Chips und Cola. Chips Cola? Du darfst nicht mehr sagen, bist du jemand dein Name? Schick dich. Welchen Namen? Ja, dein Vornamen. Dein offiziellen echten Vornamen. Dein offiziellen echten Vornamen. Den können wir ja nicht sagen. Den können wir ja nicht sagen. Ja, welches. Also, das haben wir in Mathe gemacht. Bei Flo. Oh, ne Kiste. Ich will auch machen. Oh, da durfte Flo. Ach komm, du darfst die nächste öffnen. Okay. Da hat Flo echt nichts mehr gesagt im Matheunterricht, bis er irgendwie seinen Namen gehört hat. Ja, so muss das sein. Ja. Er hat sich dann aber einfach gemeldet. Ja. Und dann hat halt, wusste seinen Namen gesagt, weißt du? Weil er ist der verdammte Lehrer. Ja. Und so nimmt man nochmal Leute da ran. Das war schon ganz cool. So. Wohin jetzt? Was? Wo geht's denn da links hin? Weiß nicht. Das ist mir doch egal. Ich bin grad Assi-Handy-Mocker ab hier. Oh, jetzt kriegt... Jetzt bekommt Ruffy hier aufs Maul, ey. Äh? Äh? Du schon wieder, Mann. Ich bin der verdammte... Okay, Bewohner. Das ist deine Schuld, genau. Komm her, du Mieser. Nein, komm, wir müssen das getrennt. Hey, hört auf, diesen Katzen weh zu tun. Ah, Ruffy. Ruffy, Ruffy. Ach, das ist dein Text. Du bist... Was ist das? Eine Katze? Ja, eine Katze. Ich rieche den Katzen. Ich rieche den Katzen. Oh, man rede. Hi, Hawk. Hilf mir hier raus. Du kennst mich noch? Also, Leute. Jeder, der diese Katze anfasst, bekommt es mit mir zu tun. Uh. Jetzt geht er auf Knie. Das... Das macht Angst. Woh, sollen wir wissen, dass du nicht auch einer von denen bist? Ach zum Teufel mit den beiden. Lass uns abhauen. Ey, Mann. Ja. Danke, Hawk. Es ist dir passiert, dass du dich noch überlassen hast. Ich weiß nicht, wie Katzen reden, Mann. Ich hab noch nie mit einer Katze geredet. Katzen reden nicht. Das könnte der Grund sein. Ja. Ich mach mal ne neue Mission. Okay, wer macht den Sprecher? Das macht Draco, oder? Ja, weil wir... Bijou nutzt ihre Magie, um jeden in ihren Bann zu ziehen. Jeder, der sich wehrte, wurde einfach getötet. Ey, einfach ab mal. Das ist ein ganz schnelles Prinzip, ey. Ja, oder? Einfach und effektiv. Ja, jeder, der sich wehrte, hat sich getötet. Da Jessica bereits verflucht wurde, wirkte Bijou's Zauber nicht auf sie. Wer ist Jessica? Jessica ist die verdammte Hure, die mit Hawk rumbumst. Ja, die steht auf Hawk. Deshalb hat sie Jessica ins Verlies geworfen. Ach, warte, das ist doch die Schwester von Adler. Genau. Dann haben wir die Verlieswende befestigt, ich konnte sie nicht befreien. Sie hat mich ebenfalls verflucht. Schade. Wer sagt das gerade? Hawk? Ja, ne? Warum ist das eine verdammte Katze? Und warum dance dieser Händler im Hintergrund? Die Händler sind immer gut drauf. Ey, ja, Mann, die dance sind richtig krass. Ich verstehe. Ah, da hast du gerade Hawk gelesen. Ist jetzt auch egal. Hawk, ich habe dich im Stich gelassen. Ich konnte Jessica nicht beschützen. Es ist nicht deine Schuld. Denk nicht einmal daran, sie zu befreien. Das ist zu gefährlich. Wir hatten eine Auseinandersetzung. Wer jetzt? Jessy Kohn, wer? Ich dachte, die lieben sich. Engage, ich höre die Händler reden. Wo wir die Itemsamen da rein schweißen. Pen, 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 pen. Ja, du willst mit dem? Ja, wie lange denn? Ja, jetzt schlafen. Wollen wir die Itemsamen pflanzen? Lass mal machen, oder? Was bringt das? Oder bringen die später mehr? Ja. Ich glaube, wenn man die später einpflanzt, kommt bessere Items raus. Oder? Wahrscheinlich. Machen wir aber weiter. Arzingers Tag. Wir brauchen die Kack-Dinger eh nicht. Doch, die brauchen wir. Niemals. Da kann ein Orb drin sein. Niemals. Niemals. In Kisten gibt es aber Orbs. Also nur damit du... Secret 1. Hier gibt es keine Waffen-Orbs verloren. Hier gibt es keine Waffen-Orbs. Hier gibt es keine Waffen-Orbs. Drückst. Drückst du? Drücken, drücken, drücken. Drück, drücken, drücken. Okay. Nein. Ähm... Moment. We sind gerade ein bisschen abgelegt hier. Wo müssen wir eigentlich jetzt? Ich glaube, drei oder so. Jawohl. Sauerspark! Alter, das hast du direkt gehört, man. Ja, sicher. Ich werde dir sagen, ich erkenne noch wohl Mr. Garrison, wenn ich ihn höre. Das war ja gar nicht. Das war's Mrs. Garrison? Nee. Das war, das war random, echt? Nein, das war Mr. Garrison, auf jeden. War das Mr. Garrison gerade? Ja, jetzt kommt das Zombie-Schiff. Echt? Spoiler. Haben wir gesprächert? Spoiler. Das war wirklich ein krasser Spoiler. Ja. Ah ja, weil er sagt, die Fahrt ist umsonst. Weißt du, die Fahrt ist umsonst. Du musst doch was nicht vorhaben. Zähne auch mal eben so am Ziel vorbei und verweigungslos in meinem Kreis. Genau, das ist dunkelulous. Aber das Gute, du kannst dich ja bewahren. Das heißt, das ist ein bisschenедригativer Todeswunde-Mensch me догonuntypen. ZDZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Kugel so wie krass Haare ich habe und das ist für Kassel neunachbarer da hat man sich mehr machen auf der doch nicht da da hat sie war auch jetzt wählen in sind der jetzt sind sie in Städtisch die Krankheit aber wir müssen drüben aus dem jetzt er war es nicht nur was ja ich glaube die man immer aus ich habe gehört dass abstürzen speichern Hesels abschützend wir haben speichern war das ist nur bei dem Hexen was so weil es drei Pläne also gehen wir raus jetzt Opa das ist du Opa hilft mir ich habe Angst ich glaube von dem Background kommt noch was aufs Video ich glaube der Background kommt aufs Video mit ich weiß es nicht muss man mal kurz gucken wollen wir mal ja okay wir unterbrechen die Aufnahme wir sind kurz weg Ciao